ja jetzt erzähle ich noch mal ein bisschen was die nachricht geht jetzt noch mal in diesen felix aus westhofen ja was ich mich nur die ganze zeit frage ist ich kriege ja immer mit etwas für leuten der felix abhängt das sind ja nur schlechte leute und ich frage mich die ganze zeit warum nimmt felix sich einfach mich als freund weil mit mir kann er so viel spaß haben ich kann so viele sachen mit ihm machen warum man mich nur so ärgert und hast mit den fotos muss man ja das mit den fotos das muss felix mehr irgendwann mal verzeihen können aber ich kriege ja immer mit etwas für leuten der felix schild und ab ich kriege ja ich kriege ja immer mit etwas verlorten der felix abhängt mit etwas verlorten der felix schild und das sind ja nur schlechte leute die leute also der felix schilder nur mit schlechten luten ich kriege ja immer mit etwas verlorten der felix abhängt und etwas verlorten der felix schild und das sind ja alles so schlechte leute die sind ja alle total schlecht lieber so wie die mich alleine schon behandeln und was ich mich nur frage ist warum der felix lieber mit solchen leuten abhängt statt mit mir erstens mal kennen felix mich so lange und ich frage mich nur warum er mich so ärgert und warum er mich nur hasst ich habe ihm letztes jahr nichts böses gewollt aber wenn er mich dann nur ärgert ist doch klar dass ich auch mal irgendwann sauer weiter mich wehren will und was ich mich nur die ganze zeit frage ist warum nimmt felix nicht einfach mich als freund und lässt einen anderen freund einfach nur sitzen und geht einfach nur sitzen und einfach mal sitzen also ich frage mich nur warum nimm felix nicht einfach mich als freund und geht nur noch mit mir raus weil da hat er nämlich keinen ärger das ist das ich frage mich einfach nur warum nimm felix nicht mich als freund lässt seine anderen freunde einfach nur sitzen und geht einfach nur mit mir raus weil mit mir hat felix für mich keinen ärger mit mir also felix kann mit mir so viel spaß haben deswegen kann ich felix nur empfehlen mich als freund zu nehmen und nur noch mit mir rauszugehen der muss sich natürlich ändern der kann nicht so weitermachen aber felix ich kann felix nur empfehlen mich als freund zu nehmen und dann nur noch mit mir rauszugehen weil ich kann so viele schöne sachen mit felix machen ich kann so viel spaß mit ihm haben das kann er doch nicht alles einfach ignorieren okay dann sage ich mal später